Das ist eine russische Pakete. Jetzt werden wir sagen, wer halbherr zwölf, der ist heute mit dem Torf heute Morgen. Geduld gehört eine Geschichte zu, die ich Ihnen jetzt erzählen werde. Vor einiger Zeit haben zwei Wissenschaftler gesagt, wir möchten Satelliten haben und dazu brauchen wir eine Rakete, GPS-Satelliten hochzuschließen. Und haben sich auf dem internationalen Raketenmarkt umgetan und das billigste Angebot kam aus Russland. Hat zwar immer noch viel Geld gekostet, aber sie haben es gekauft. Es kam ein Paket, sie öffnen das Paket und finden das. Daraufhin sagte der erste Wissenschaftler, ey, wir haben ein irres Geld für T-Beutel bezahlt. Die haben uns betrogen, sagte der zweite Wissenschaftler, man darf nicht voreingenommen sein. Russische Technik ist einfach, aber effektiv. Schauen wir uns das mal unvoreingenommen an. Das ist ein Preisschild. Wir haben bezahlt, abschneiden. Was ist das hier? Das ist eine Zündschnur. Moderne Raketen werden nicht mit Zündschnur bezündet, abschneiden. Da drin sieht es ja aus wie Pulver. Also hat er das aufgeschnitten und das Pulver auf den Tisch gegossen. So, und Pulver brennt ja bekanntlich. Also hat er Spreiche uns genommen und hat das Pulver, dann hat er schon anders gemacht. Aber es brannte nicht. Daraufhin sagte der erste Wissenschaftler wieder, siehste, das ist eine T-Beutel. Wir haben ein irres Geld für den T-Beutel und sagt, sagt dir der zweite Wissenschaftler, ruhig bleiben. Russische Technik ist einfach, aber effektiv. Schauen wir uns den Rest bitte an. Der Rest, wenn man ihn richtig hinschlägt, dann sieht es ja schon fast aus wie eine Rakete. Und wenn wir jetzt hingehen und zünden diese Rakete oben an, dann könnte es ja sein, dass wir unser Geld nicht umsonst ausgegeben haben. Und das eine Rakete ist, worauf der erste Wissenschaftler wieder sagte, so blöd sind. Das ist T-Beutel und niemals eine Rakete. Normalerweise steigt die 5 bis 6 Meter hoch, die haben aber hier durch die Klimaanlage Luftbewegung, deswegen geht es nicht so. Sie können das völlig problemlos zu Hause aufmachen. Der aufsteigende Teil ist ohne Blut, es kann nichts passieren. Der kommt bei uniger Luftbewegung, einer gleiche Schwellung herunter. Die Geschichten können sich ausdenken, Sie können doch was anderes dazu machen. Mit einer Pfeilmose, einem Rauschenpulver und Wasser, ein richtiger Rakete bauen kann, die etwa 3 bis 4 Meter hoch fliegt. Diesen Bauerleiter als PDF-Datei kann man sich im Internet unterladen. Gut. Wir kommen zu dem 500-Euro-Schein. Leider, meine Damen und Herren, liebe Kinder, ist auf den neuen Euro-Scheinen kein Kopf mehr drauf. Auf den alten Schein waren Köpfe drauf. Aber Gott sei Dank gibt es noch Länder, die Köpfe auf den Geldscheinen haben, zum Beispiel in England, da ist die Queen drauf. Und jetzt zeige ich Ihnen etwas, was Sie mit einem Kopf machen können, die Kinder natürlich auch. Man falte bitte genau durch die Pupille einen Knick und durch die zweite Pupille einen Knick. Ich zeige Ihnen das, in welcher Kamera? Die? Also, okay. Von der Seite gesehen sieht es so aus. Hier ist der Knick genau durch die Pupille, durch die zweite Pupille, das ist die Formel der Queen machen, und den Zwischenraum so leicht konig falten. Das ist jetzt eine optische Täuschung. Wenn Sie das, ich hoffe, die Kamera kann es sehen, so halten, dann lächelt die Dame, oder die Queen. Sieht gut aus, wenn die Queen lächelt. Und wenn Sie das so halten, ist sie todtraurig. Ich habe das mal in England gemacht, in einem Cup, da muss ich nur 10 Pfund Schein bezahlen. Dann ist die Queen drauf, habe das gemacht, und er wollte, ich weiß nicht, das war vor zwei Jahren, er wollte 4 oder 5 Pfund pro so ein bisschen Bier haben, fand ich also nicht so prickelnd, und hat ihn gefragt auf Englisch, ob er wüsste, dass die Queen darüber sehr traurig wäre, dass seine Preise hoch werden hat, dann habe ich das mit der Queen so gemacht, dann habe ich das mit der Queen geschenkt, weil das kann der auch noch nicht, können Sie ausprobieren. Geht blöderweise mit dem neuen Euro Schein nicht mehr, aber man kann sicher 5 Pfund Note, oder in anderen Ländern gibt es noch Köpfe drauf, und das funktioniert perfekt. Gut, dazu für die Kinder, im Internet wieder, www.ideenpark, aktuelles Tag der Experimente, magische Bilder treten ein in eine Bastelanleitung, wie man mit so einem Prinzip ein altes oder neues Foto nebeneinander stellen kann, ich zeige es nochmal hier, ja genau, wie man das nebeneinander kriegen kann, und je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet, sieht man sich als Baby oder als Erwachsener, wie auch immer, kann man sehr schöne Sachen mitmachen, die Bastelanleitung können sich im Internet runterziehen. Gut, ich bitte jetzt die Regie, das Licht etwas zu dämpfen, ich zeige Ihnen jetzt die wahre Energiesparlampe. Wir kommen also zum Gebiet-Elektrisik-Erfassung, und die meisten Leute wissen nicht warum, die heißt Elison und 27 heißt 27 Millimeter, 1 Zoll. Grundeweise haben wir das übernommen von den Elison. Eine normale Grünlampe gibt es übrigens acht Kämme, ob wir es nicht mehr zu kaufen. Hier haben wir nur eine, und jetzt schraube ich die hier rein, und was macht die, die hat nur 15 Mark, deswegen müssen wir ein bisschen dämpfen, sie brennt. Das ist normal. Nicht normal ist, wenn ich den Stecker rausziehe, das ist die wahre Energiesparlampe. Sie trauen überhaupt keinen Netzanschluss, die brennt auch so. Und jetzt kommt die Steigerung, wenn ich die in die Hand schraube. Das ist die wahre Energiesparlampe, dann brennt sie auch. Jetzt kann man natürlich fragen, wie funktioniert das? Ich verrate es Ihnen, tricktechnisch ist das ein Wunder. Wir haben hier die Glassocken abgenommen, eine Batterie drin, logisch, und hier oben ein Lämpchen, und wenn Sie hier unten den Fußkontakt und den Schraubkontakt, wenn man die verbindet, zum Beispiel mit Handpapier, dann leuchtet das Lämpchen. Hier ist noch ein weiterer Gag eingebaut. Hier liegt so ein länkliches Teil. Wenn ich mit dem Magneten, den ich hier in der Hand habe, in die Nähe komme, dann geht die Lampe um und um und um an, obwohl ich hier unten nichts mache. Das ist ein sogenannter Windschalter. Den nimmt man in der Technik den explosionsgefährdenden Räumen. Da darf man keinen Funden ziehen. Also hat man einen Schalter, der gekapselt ist und durch ein Magnetfeld ein- und ausgeschaltet werden kann. Das wird man im Bergbau überall hier und wissen, dass das wahrscheinlich auch nicht kann. Das ist natürlich toll. Wenn ich so eine Lampe hier auf den Tisch bringe und drunter ein Elektromaneten habe, dann kann ich den Luftschalter ein- und ausschalten und so wundern die Lampe schon an- und aus. Aber Naturwissenschaftler kommt natürlich hinter die Kulisse. Und die Jugendlichen, die Kinder wollen ja alle Naturwissenschaftler werden, hoffe ich jedenfalls. Das kommt sie hier an. Wir zeigen noch ein Beispiel. Ein grüner Schalter, ein roter Schalter. Wieder zwei Landenfassungen in Reihe geschaltet. Er sagt den Kindern jetzt wenig, aber die Erwachsenen wissen, es gab einen Herrn Kirchhoff, der hat da Regen zu aufgestellt und einen Herrn Urb, der hat Gesetze gemacht. Und ich will da nicht weiter drauf eingehen. Fakt ist, 230 Volt, keine Batterie, wirklich Netzspannung. Und ich schraube jetzt gegenüber vom grünen Schalter eine grüne Partyleuchte und gegenüber vom grünen Schalter eine rote Partyleuchte ein. Können wir das nicht nur mal bitte runterziehen, dann passt? Danke. So. Was passiert, wenn ich den grünen Schalter drücke? Für Kinder, die Schwierigkeiten fragen, für Erwachsene aber auch. Was meinst du denn? Bitte? Da geht die rote an. Aber die Lampe ist doch grün und der Schalter ist... Also wenn ich sage, geh die grünen an, das geht normalerweise nicht. Das ist eine Reinschaltung. Nach dem Gesetz von Herrn Kirchhoff ist das unmöglich. Also wenn ich auf den grünen Schalter drücke, geht die grünen an und wenn ich auf den roten Schalter drücke, geht die rote an. Und wenn ich beides drücke und schraube eine raus, geht alles aus. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich ihn nachvertausche? Also die grüne Lampe gegenüber dem grünen Schalter und die rote Lampe gegenüber dem grünen Schalter. Und jetzt frage ich, was passiert, wenn ich auf den grünen Schalter drücke? Was vermietest du dir hier über den roten Tor? Sehr gut. Da geht die grünen Lampe an. Das ist ja logisch. Übervoll. Jetzt bin ich auf den roten. Und dieses Beispiel stürzt selbst studierte Elektrotechniker in die Verzweiflung. Weil es ist nicht ganz trivial, was hier abläuft. Wie gesagt, jetzt spannend. Das habe ich vor ein paar Jahren mal bei jedem Forschung geführt, da habe ich einen Vortrag verhalten. Und da war ein Klässler von einem Gymnasium in Berlin. Der hat sich das hinterher wieder angeguckt. Und der war ein Jahr später wieder bei jedem Forschung. Und hat hier einen Nachbau präsentiert. Der hat das nachgekommen. Weil er bei ihm das Faszinusum so aufgeregt hat, er musste es helfen. Das ist eine Kulteingenieur. Und genau für solche Leute halte ich solche Vorträge. Und ich hoffe auch, dass ich hier einige für solche Sachen interessieren kann. Wie gesagt, es ist nicht trivial. Sie würden sich das hinterher gerne anschauen. Ich sammle die Lösung. Also das Kinder, das kann nur Erwachsener nicht. Die Tiefe dieser technischen Leistung kann nur daran die anderen wählen lassen. Bei 10. Klasse merkt man die Elektrik dazu. Und ich habe das im Unterricht auch immer in der Elektrik-Zeit. Weil das verwirbt natürlich und regt das Nachdenken. Okay.